Lieber Reini, du bist für einen Tag Bürgermeister. Was tust du so ganz konkret ändern? Total schwierige Frage für mich, weil ich mich nie als Bürgermeister gefühlt habe und auch keine Gedanken mehr darüber mache. Ich kann sagen, was mir generell wichtig ist und es ist ein gewisses soziales Wohlbefinden. Gerechtigkeit ist vielleicht schwierig, aber ein gewisses soziales Wohlbefinden. Gemeinwohl, es gibt ja die Gemeinwohlwirtschaft und soziales Auskommen, auch das Interethnische, das einfach Respekt, gegenseitiges Respekt. Ja, die wirtschaftlichen Belange, dass eben auch im Sinne von Gemeinwohlwirtschaft umgeschaut werden. Darf ich ganz kurz fragen, ganz konkret, wird das das Gemeinwohl im Iran umsetzen? Beispiel auch in Bezug auf die Gemeinde? Wie gesagt, ich kenne die Kompetenzen nicht, deshalb ist mir das jetzt schwierig. Das ist eine Frage, kann ich nicht beantworten. Ich kann leider sagen, dass mir das im Hinterkopf war, wenn ich Sachen umsetze, Ausschreibungen, Bauten, Institutionen, Vereine und so Sachen, wenn ich das anschaue, dann war mir das im Hinterkopf und dort versuchen, aus dem zu handeln. Könnte beispielsweise die Gemeinde Meran die Gemeinwohlbilanz machen müssen? Zum Beispiel. Das wäre so für mich der erste Ansatzpunkt, dass er eben die Gemeinwohlbilanz sich dem unterwirft oder sich da einpasst, ja.